Hallo, mein Name ist Sebastian Rich und das ist meine Lebensgeschichte. Ihr fragt euch vielleicht, wie ich hier hingekommen bin, wo ich heute bin. Das kann ich euch erzählen. Also passt gut auf und wenn ihr die richtigen Entscheidungen trefft, könnt ihr auch bald hier sein. Mir wurde der Erfolg fast schon in die Wiege gelegt. Ich war von Anfang an sportlich, kreativ und natürlich ehrgeizig. Ich hatte nur ein Ziel, herrlich reich zu werden. Denn klug war ich ja ohnehin. Als ich gerade mit dem Studium fertig wurde, entschloss ich mich in die Stadt zu ziehen. Meine Wahl fiel dabei auf Sanmai Shuno. Die Stadt, wo alles möglich ist. So heißt es doch. Ich hatte nicht viel Geld zu der Zeit. Deshalb konnte ich mir nur dieses kleine Apartment im Künstlerviertel leisten. Dort traf ich sofort auf meine neuen Nachbarn Salim, Bako und Anaya. Ich war sehr aufgeregt und wollte sofort mit allen Freundschaften schließen. Das kann nochmal wichtig werden, habe ich mir gedacht. Ich fragte sie noch am gleichen Tag, wie man am besten zu Geld kommen würde. Da ich mich im Kunstviertel niedergelassen habe, bekam ich von allen die gleiche Antwort. Werde Künstler und versuche einfach mal deine eigenen Kunstwerke zu kreieren. Also ging ich an diesem Abend sofort in einen nahegelegenen Kunstladen und kaufte mir eine Staffelei und Leinwände. Ich legte sofort los und merkte sogleich, dass mir das Malen liegen würde.